Einen wunderschönen guten Morgen aus dem hochsommerlichen Israel. Ich gebe hier gerade in Jerusalem an der Academy of Music and Dance eine Meisterklasse. Heute in genau drei Monaten, am 6. Oktober 2023, werden wir, mein wunderbarer Organist Arthur Scherbinin aus Krakau und ich, an der Ladegastorgel in der Weißenfelser Marienkirche ein fulminantes Konzert bringen, mit Werken von Heinrich Schütz natürlich, über Purcell, Händel, Mozart, Brahms, Bizet, Bruckner, Avopert bis zur moderne Ersterführung ist aus 450 Jahren Musikgeschichte alles dabei. Wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreich kommen, Weißenfels in Sachsen-Anhalt, die Heinrich Schütz hat. Herzlich willkommen, heute aus Israel herzliche Grüße und einen schönen Tag.